extrem neues hat irgendwas gesagt aber wir sind schnell ich habe jetzt keine referenz mehr weil wir keinen boden mehr unter uns haben aber wir sind verdammt schnell habe ich das gefühl doch dann gehen wir mal hier gas vorwärts vorwärts wir brauchen natürlich auch sehr viel energie das ist eher so ein ich muss mal schnell wohin mode das ist kein fluchtmodus denn dann wissen die fische ganz genau wo wir sind es ist cool dass die cavitation haben wir eine außenkamera vielleicht haben sie sogar visuell dargestellt cavitation ist dass sich glaube ich unter wasser luft extrem schnell ausdehnt und wenn sich luft oder wenn sich etwas ausdehnt in wasser dann macht das natürlich geräusche oder wenn sich um unser boot eine luftblase bildet die sich extrem oder die die platz irgendwie sowas war cavitation zum beispiel wenn man unter wasser schießt dann bildet sich auch cavitation also mit einem projektil nicht mehr ab ungefähr die ist zu die ist zu langsam aber das sagt er uns dann wenn wir zu schnell sind okay das ist natürlich auch eine fortbewegungs methode die viel zu viel energie klaut ich würde sagen halben fahrt voraus ist schon okay wenn wir uns in sicherheit fühlen hier wird der speicher button glaube ich noch wichtiger so alles noch gut hier alles noch gut alles noch gut so jetzt bin ich ein bisschen außer am konzept wir haben wir sind hier rumgefahren das ist wie wenn man neues auto hat erstmal ein bisschen rumfahren und dann was wollte ich jetzt überhaupt wir wollten die cyclops upgraden können wir dadurch können wir durch oder durch klatsch und zwar auf 1200 meter damit wir eben darunter können das bedeutet wieder ein bisschen rohstoffe sammeln da wird es wieder ein bisschen ruhiger ich glaube wir sind mittlerweile vielleicht auch schon in der zweiten folge 20 minuten bis eine halbe stunde gehen die ja immer unsere füllchen so jetzt muss ich auch mal ein bisschen weiter weg parken es wäre noch cool wenn wir hier für so eine andere station hätten das wäre richtig cool hallo da ist auch gleich was zu trinken für uns bereit sehr schön direkt trinken können gut wir waren hierbei hüllenmodul mk2 wie range des submarine hat ist das richtig dann bräuchten wir nämlich das modul 1 haben wir das modul 1 schon installiert jetzt muss man gerade gucken sorry wo ist ja die südküklops mal ganz schnell mal ganz schnell schauen ja ok hüllenmodul mk1 hatten wir irgendwie raus gewesen ich bin es immer noch bei gewissen dingen aber wir kriegen das schon ach genau und dafür hatten wir uns den den halk gebaut den den brown suit damit wir ein bisschen besser abbauen können die sachen auf einmal was machen wir jetzt wir brauchen plast stahlbarren fünfmal kristallines aluminium oxid hat nur das die noch ja oder haben wir noch genug von nickel erz haben wir nickel nickel pubickel nein haben wir gar nicht oder in einem unserer wenigen schränke die hier stehen nickel nickel urani unit magnetik magnetik gilsack du alter gilsack du ach hier hatten wir unser salz reingetan ich erinnere mich nee haben wir jetzt gar nicht gut kümmern wir uns erst um den plaststahl fünf stück brauchen wir und wir haben hier noch ein bisschen titan nicht ganz so viel ich glaube wir brauchen dafür noch ein bisschen was anderes was haben wir denn hier stase gewehr ok gepökelten spaten fisch auch so so eine typische beleidigung hey du gepökelter spaten fisch so plaststahl waren brauchten werden da brauchen wir zunächst mal titan waren und dann war das plaststahl ich gucke jetzt hier ein baupläne so dann können wir uns auch mal die neuen sachen angucken ach ja den bohrarm den hatten wir ja auch bohrarm ja plaststahl waren vielleicht sollten wir den zuerst bauen weil dann können wir mit dem plaststahl waren mit also wir können mit dem bohrarm die mit zuerst bauen mehr titan abbauen und dann wiederum so machen wir es ist ja klar jetzt müssen wir das hier machen ich weiß gar nicht gerade fabrikateur ja wir müssen machen hier und zwar bohrarm diamant natürlich aber den plaststahl waren den kriegen wir hin diamant haben wir noch haben wir noch weiß ich gar nicht ich weiß sie nicht die dann barren ich trinke aber keinen schluck schön mit dem strohhalm damit das nicht so laut ist äh lithium wir brauchen lithium wetten wir haben kein lithium wetten wir haben kein lithium wetten wir haben ich dachte gerade das wäre diamant blei haben wir ok wir haben kein lithium wo war lithium nochmal das ist die kacke wenn man so lange nicht gespielt hat und ihr denkt euch ja lithium ist da hinten ihr wisst bescheid aber ich weiß wieder überhaupt nicht wo wir es herbekommen haben ich hoffe deshalb wir haben noch was ach guck mal guck mal guck mal guck mal der vergangenheitsleit jahren oder jahren ist ja kürzer der hat vorgesorgt das müsste ich also wieder für den zukunftsjahren tun so und drei diamanten die haben wir nicht wetten 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 wo sind denn überhaupt diamanten wacht sind das da unten hier unten schade nein dann hätten wir genug wir haben gar keinen mehr schön vielleicht ich habe noch eine hoffnung eine hoffnung habe ich noch das ist jetzt aber ein blöder wach also ich hoffe der wird noch gefixt gucken wir mal in unserem lagerraum hier ob wir diamanten haben nein ich habe gerade ein der will nämlich dass wir hier genau schon mal nach diamanten gesucht haben und keine gefunden haben wo hatten wir denn noch mal diamanten gefunden ich glaube an sehr tiefen stellen in die heißt das dann nochmal grand reef also ich würde vorschlagen wie sieht es aus essensmäßig wir rüsten uns noch mal ein bisschen hier hoch wo ich muss auch mal die batterien aufladen und zwar hiervon das reparatur tool könnte auch eine neue gebrauchen und wenn wir schon mal dabei sind ja dann machen wir das so batterie entladen und holen uns hier eine neue so gleichzeitig laden wir hier auf und zwar die und die und die eine ist ein bisschen wenig kommen da geht doch mehr zwei ach quatsch falsche richtung hier haben wir noch genug guck mal das ist richtig schön ich speichere mal die musik ist nämlich neue und die ist bedrohlich und jetzt habe ich schieß nein nicht wirklich aber wer weiß wir müssen aufpassen was essen wollte ich genau na trinken können wir auch mal gerade und vielleicht sollte ich jetzt noch mal speichern entschuldigung so ihr könnt ja mal in die kommentare schreiben wie ihr das findet so langsam gewöhne ich mich daran an die facecam wir das so findet also ich habe ja extra auf den wunsch von einigen zuschauern diese facecam jetzt installiert und werde das dann auch hoffentlich weiterführen wenn alles gut läuft dann auch in besserer qualität bald und ich würde mich über euer feedback auch ein weiteres mal freuen auch hier wie ihr das denn so findet oder ihr sagt mal seid ihr anpackt die mal eine andere stelle übrigens ist die an der guten stelle ich glaube ja das sieht ganz okay aus macht die mal kleiner setzt sich mal mittiger hin oder macht die mal größer oder weiß ich nicht ihr könnt ja mal eure meinung schreiben wie ihr das so findet und ob ihr euch das so vorgestellt habt gut wir waren soweit und wollten diamanten holen dazu steigen mit unseren genie also irgendwas ist hier falsch ne in unseren kleinen genie und dann gucke ich mal wir sind ich gucke mal gerade auf nach schlauern ob wenn nicht nach wir sind wir sind wo sind wir wo ist die aurora da ist die aurora wir gucken da so hinten drauf ob wir nicht mal nach ja wir könnten auch in das creepy gebiet ich glaube da ist es ganz gut weil da ist auch das ja ich denke das ist ganz gut also östlich südöstlich mehr mehr östlich so ein bisschen passt das die quatsch west nach ja man muss rechts und links auch schon richtig erkennen ja leidjahren wir sind jetzt bei 35 minuten und bisher läuft alles noch sehr gut das freut mich das freut mich der wartet aber auch jedes mal bis ich da bin der könnte ja fünf minuten früher schon mal ausbrechen dann wüsste ich auch da nicht lang fahren nein energie 44 ich habe keine energiezettel dabei nein das ist schlau aber ich hoffe das reicht wenn nicht mit schieben liegt aber auch ein bisschen schief im wasser und natürlich wird es jetzt nacht denn wann ist es am schönsten zu erkunden und eine expedition zu machen so ein bisschen noch diamanten zu suchen nachts natürlich guck mal die vorkommen haben jetzt auch andere andere nicht texturen modelle natürlich auch texturen aber was bist denn du darf ich dich scannen ne selbst scannen weiß ich schon wir sind am arsch vielleicht kann der kann der halk das später scannen was haben wir hier ah guck mal das sieht jetzt auch anders aus da muss ich mir erst mal an gewöhnen okay südwesten hat man gesagt ist hier das creepy gebiet ja hier ist das creepy gebiet das haben wir diesmal aber schnell gefunden nein hier ist es nicht wir haben es nicht scheiße das vielleicht sollte ich da auch noch mal eine boje hin tun wir haben ja noch eine wir haben ja noch eine und vielleicht sollte ich wenn wir es finden das hier auch noch mal markieren aber es ist auch dunkler geworden kann das sein entschuldigung ach nee nicht entschuldigung du bist so ein blöder handgelenksfresser ne dann nicht entschuldigung ich fahr euch alle platt ich guck mal was das hier so für ablagerungen sind kalkstein kalkstein ist nicht richtig da kriegen wir noch titan wo ist denn jetzt unser jimmy wir sind noch nicht richtig was für ein gebiet ist denn das hier ich weiß ehrlich gesagt nicht das ist im nordosten da musste ich mal gerade gehen entschuldigung ich war heute auch wieder früh wach leider nicht gewollt hm wir finden das schon noch aber was ist denn das das müsste hier die dunes sein ne das heißt ich bin ich muss ein bisschen richtung süd in schwupp nach da und erkennt natürlich auch gar nichts es musste ja auch nacht werden damit wir extra nichts finden ich mache hier noch gerade bis können reißverschluss auf mir wird nämlich gerade warm so was seht ihr gar nicht oder ist süden die richtige richtung das sieht mir sehr nach dünen aus da tschuldigung tschuldigung ne ne aber hier könnte es aber auch diamanten geben also hier ist vielleicht gar nicht so schlecht das müsste jetzt das sparse reef sein könnte könnte sein dann sind wir eigentlich dran vorbeigefahren oh im flur wird gerade ein kleines kind verrückt falls das auf der aufnahme zu hören ist tschuldigung ich bin es nicht wir sind tief genug also wir sind hier bei knapp 500 metern hier könnte noch mal diamanten sein aber keine steinablagerung wenigstens ist es ein bisschen heller ich gucke mal ich gucke mal ich steige mal aus und gucke mal zu fuß was ist das äh meine güte du hast mich erschrocken du blöde kackkrabbe wo kommst du denn her ich habe hier nichts gesehen und plötzlich kommt dieses scheiß vieh angefahren ey das greift das greift was anderes an ich hab mich echt voll erschrocken danke mach doch einfach nochmal aus da kommt von oben so ein so ein ding rein gewabert ey jetzt ist mir warm ich such doch nur nach diamanten lass mich doch alle in ruhe mir nichts dir nichts ich ahne nichts böses da kommt das vieh da angefahren jetzt ist mir wirklich warm was ist denn das hier vorne bist du diamant ja du bist diamant so sieht das also aus das könnte ein bisschen mehr glänzen das ist sehr schwer zu sehen du bist doch hier wieder da ist ein hopper von der anderen Seite kommt da auch noch was ihr seid wollt ihr mich verarschen ich hau ab tschüss tschüss ne sehe ich gar nicht ein mhm nein 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 sehe ich überhaupt nicht ein da ist schon wieder so ein Vieh boah ich muss ganz dringend das torpedo upgrade hier machen das gibt's ja wohl nicht schade dass das keine ähm schadensmachenden torpedos sind das ist wieder dieses wir dürfen hier nichts machen aber die können uns hier schnetzeln und metzeln wie sie wollen erstmal runterkommen erstmal gerade hinsetzen ich hab auch ein bisschen rückenschmerzen das ist unter anderem auch ein Grund warum ich nicht so gut gepennt hab da kesseln die mich da ein ey von beiden Seiten ich hab doch nicht gespeichert aber war ja klar wir haben Diamant gefunden wie bei Minecraft wenn man da früher Diamant gefunden hat war man auch sofort tot gehst um eine Ecke bis tot da ist noch Diamant wir brauchen ich hätte jetzt fast gesagt wir brauchen ja nur drei aber vielleicht sollten wir uns doch ein paar mehr mitnehmen ich weiß es nicht wenn wir schon mal hier sind da ist doch schon wieder ein Wopper wat wat ich bin paranoid bis hinten gegen also ich bin ja nicht paranoid da ist ja tatsächlich was aber ähm hab die Ohren gespitzt da ist noch ein Diamant beachtet mich einfach gar nicht ich bin gar nicht da was ist das? oh ja das könnten wir auch gebrauchen da guck mal wie die uns folgen die Arschgeigen ja ja geh kacken und jetzt wieso ist denn jetzt unser Brötchen so kaputt? da war doch grad wieder so eine Scheißkrabel ich hab's doch gesehen wo geht's denn hier hin? ich hab hier einen Eingang gefunden ne? das ist nochmal ein Eingang das ist nochmal ein Eingang irgendwo hin glaube ich das könnte sein Entschuldigung, Entschuldigung, das wollte ich nicht ich bin extra ganz langsam gefahren ja wenn rechts vor links jetzt gegolten hätte dann hätte ich tatsächlich Schuld gehabt aber es wäre ja auch keine Straßenverkehrsordnung sondern eine Wasserverkehrsordnung da sind sie schon wieder wir haben genug Diamant ich weiß, ich weiß was macht der denn da? der wobbelt und hüpft der attackiert tatsächlich was ne? macht ihr doch mal platt wie wär das denn? hm? wir beiden oder macht ihr das sogar vielleicht? der Kampf der Ungeheuer die Arschkrabbe gegen den Woppa was macht der denn? der hier rumflippt haha der kann davon aus dem Nichts plötzlich hinter dem Stein her geflippt ja jetzt hast du es auf uns abgesehen oder? bleib mal schön da hinten und kümmere dich um den Woppa wir tun dir nix noch nicht ähm so wir gucken noch mal ein bisschen nach Diamant wir machen uns mal langsam auf den Rückweg das ist ja so die Richtung hier ach man lass mich doch in Ruhe guck ich fahr doch schon weg oh was hm? der ist despawnt ne? in einem Moment war er da und demnächst schon nicht mehr da ist er jetzt natürlich vielleicht auch teleportiert kann ja sein macht man ja gerne mal komm das nehme ich jetzt noch mal schnell mit so und guck ich bin schon wieder weg alles gut kleine Arschkrabbe guck mal du hast gar keine Angst zu haben wir fahren hier gerade in eine Höhle rein das sehe ich richtig ne? ja total gut ha das ist doof das ist richtig doof ich würde weiter ja ich würde wirklich gerne weiterfahren jetzt ja doch doch ja mhm ja ich ich mach mich auch schon auf den Rückweg ich fahr immer noch weiter rein ne? es ist auch ein bisschen knapp tatsächlich jetzt mit Anarchy also wir müssen zurück wir haben jetzt Diamant ja 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 ich fahr doch schon ich bin doch schon weg hat Spaß gemacht hat Spaß gemacht ich will jetzt nur noch nach oben ach ich sehe schon mein Audio hat da wieder ein bisschen rumgeklippt ich entschuldige mich dafür dann wird die Audioqualität immer so schlecht ich rutsche dann immer näher ans Mikrofon und werde natürlich auch lauter und dann klippt es ich muss das nochmal richtig einstellen mit der Empfindlichkeit das Mikrofon ist jetzt auch schon das Mikrofon ist jetzt auch schon fünf, sechs Jahre alt also ist es auch nicht mehr das allerbeste es war sowieso von Anfang an nicht das allerbeste wo geht es denn hier raus? lasst mich doch in Ruhe lasst mich doch in Ruhe ich will doch nur hier raus das ist wieder richtig toll die Energie wird knapp und wir haben es eilig ich fahr weiter komm hier geht es hoch what the fuck boah du Arsch kack wo ist mein Jimmy wo hast du mich denn? ach da vorne das habe ich aber noch nicht gehabt oder? das hatten wir noch nicht ich bin noch schon auf dem Weg nach draußen die lässt mich doch einfach alle in Ruhe die sind echt aggressiver geworden boah mein lieber Mann ey so was ich gerade sagen wollte das Mikro ist nicht mehr eins der Besten ich geh nochmal ein bisschen mit dem Popschutz hin nach hinten so ähm es ist immer noch gut so ist es ja nicht ähm